Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht einfach hier so YOLO-YOLO-YOLO-mäßig runterspringen. Hahahaha 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 Hallöchen Freunde und herzlich willkommen Ja ich begrüße euch hier mit dem Reol und dem Early Boy Hallöchen Ja Hardcore Let's Play Und wir sind nicht alleine auf dem Server Denn wir spielen mit den Jungs von Pogshop Media Und das ganze wird so ähnlich ablaufen Wie Tech Town Wir spielen das ganze zusammen Werden aber trotzdem in unterschiedlichen Städten sein Und das ganze ist halt ein Hardcore Let's Play Sobald einer stirbt sind wir alle raus Ja deswegen sollte man so eine wahlkalsige Aktion Wie der Reol hier macht nicht machen Genau Wow Wir können uns natürlich gegenseitig trollen Einfach die Lianen abbauen Aber das mach ich jetzt nicht Wir müssen auch wirklich aufpassen Das ist nämlich gerade das das Nervenaufreibende an diesem Hardcore Let's Play Dass wir wirklich aufpassen dass wir Nicht zum Beispiel einfach jetzt hier so Yolo Yolo Yolbe mäßig Runterspringen Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich hatte so Da sollte man aufpassen dass wir nicht gegen einen Cactus Gäste Ohhhh Ich komm nicht klar Du bist so fertig ne Ich würd sagen bevor es jetzt wirklich Nacht wird was es gerade wird Sollten wir uns vielleicht ein paar Tools machen Und dafür erstmal den ersten Baum fällen Und das ist halt wirklich so Wir regenerieren Wir regenerieren Oh Gott Das war Leben aber wenn wir einmal tot sind sind wir tot und kommen nie wieder Also so real life Never ever Da ist alles vorbei Never ever Kennst du das Lied? Oh nein Alter ich wills auch gar nicht kennen So wie du es singst Das ist No No Never Ich weiß nicht ich mein ich Never never ever Doch ich kenn das ist so ein Country Lied ist das Alter Ja 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 Borsos oder wie die halt Ich hab ich Genau Ich hab eine Ich hab eine Workbench gebaut Alter Ja solange du nicht wieder in den Kaktus läufst Nein Leute dann schreibt uns jetzt schon mal in die Kommentare was Wie findet ihr das? Was haltet ihr von der Idee? Allgemein Die Idee ist scheiße Und wie gesagt auch alle Kanäle Alle Kanäle und damit auch alle Sichten natürlich unten in der Beschreibung Wenn ihr den Early Boy zum Beispiel nicht kennt der ist ja jetzt auch relativ neu Er ist kacki Der wie Hindi Er ist kacki Er ist kacki Er ist kacki Hast du schon Steine abgebaut Alter? Soll das unser Zuhause werden? Hat jemand einen Timer gestartet? Nö Ich hab ich hab ich hab ich hab Nö Oh Setzlinge Ey Sanna Mö Magst du Brokkoli? Was? Auf deinem Kopf wächst Brokkoli Alter Ja Ja ist doch so Ey es wird dunkel wir müssen uns hier unten ins Loch verpissen Wäre eine Idee Haben wir Betten? Ich hab nichts zu essen Nein Doch ich schwöre Kannst du kack du sein Ey lass sofort Pilze anbauen Hier ist ein Pilz Einer Alter hier sind voll viele Das ist ein Pilzbion Das ist ein Pilzbion Na Oh ein Mist gescheißter Apfel Ey Sanna Wo bist du? Warte Alter es ist so dunkel Warte mal ich muss mal ganz kurz im Video sehen Ey du weißt ne dass wenn ein Creeper kommt nur dass wir alle drauf gehen also Das wird Das wird Das ist so übertrieben Wenn wir einfach in der ersten Folge sterben sind Komm Pass auf ich will dir was zeigen Ich komm nicht klar Ich will dir was zeigen Lass mal stehen Lass mal stehen Ach du bist hinter mir Hast du Hunger? Ja Mhhh Ist ja lecker Das ist so ein Wichser Alter ich höre Tommys Nein Komm ok 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 Ryo komm lass abhauen Ohne Scheiß Lass mich halt alleine Ryo lass abhauen Oh Earlyboy lass mal verzichten Oh Earlyboy Scheiß auf ihn Scheiß auf Earlyboy Hier ist das Haus Hier ist das Haus Warte ja ich 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 sammle ein bisschen Das ist das Loch Hier Oh Earlyboy Alter ohne Scheiß Jetzt mach keine Kacke Pass auf wohin du läufst mit deinem Leben Deine Leben Junge Die haben keine Kacke Ich schwöre auf dein Leben Pass auf Ich mach jetzt erstmal einen Ofen Ja mach das Ich hab ich hab Weißt du was ich besorgt hab? Sand Damit können wir Fenster machen Doch dann können wir Fenster machen Können wir raus gucken Ich hab keine Fenster Das ist wirklich Lebensstandard ne? Wir wohnen in einem Loch Aber haben Fenster Ja es ist auch so Du musst doch gucken Welcher ocklachloser Penner hat das denn? Oh ich hab ne Höhle gefunden Was? Bleibt da weg Ja ohne Scheiß Wir brauchen Kohle ne? Deswegen geh ich ja in die Höhle Ich mach Kohle Ich mach Kohle Warte ich mach ein Schwert Ich mach ein Schwert Ich hab ja genug hier Earlyboy Ohne Scheiß Lauf mir nicht immer durch die Pickaxe Bist du ein verrückter Mongo Ist so Lass mal ganz kurz ein paar Pilze hier hinsetzen Ja und dann? Dann wachsen die hier Ja und dann? Dann wachsen die hier Ah ich komm nicht klar auf euch So Riolo macht hier Riols Holzkohle und Kokskokerei Ja hier pass auf Dann kriegst du den Sand Dann kannst du ein Glas machen Ich würd dich jetzt am liebsten boxen Aber ich weiß dass ich das Warum? Alter Junge guck das mal an Das sieht aus wie ne verkrüppelte Kohle In dem neuen Design Ja was ist das denn? Das ist Holzkohle Das ist ein Embryo Ein Kohleembryo Ich liebe Kohle Boah Lieb mich Lieb mich Das ist so wie Earlyboy Wo er damals bei Funvel angefangen hat Was? Hör auf damit Du hast mich gehaut Ich hab Kohle Ich hab Kohle Sauber Wir haben aber auch schon verkrüppelte Missgeburten Kohle Alter Alter wir brauchen Essen Ich hab Eisen gefunden Ja man Korrekte Sache Ey Brudi ich liebe dich Ey ohne Witz wir brauchen Earlyboy bring sofort Fackel mit Wir müssen die Höhle ausleuchten Sonst sind wir einfach so schnell am Arsch ne? Ey habt ihr Habt ihr Wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad eingestellt? Das ist hardcore Achso Oh ja Hab ich vergessen Das heißt wirklich Als wenn uns ein Creeper erwischt Nur leicht erwischt ne? Wir sind tot Instant Ja? Ja Da unten sind Skeletonys Skeletonys Kennst du nicht? Ne die kenn ich nicht Warum sprinte ich? Ich regeneriere nicht mehr Zander Zieh ohne mich weiter mein Leben Was? Nein weil Lara keine Scheiße Earlyboy Skelett Was? Was ist da los? Kommen die? Ja sicher Skeletonys und seine Gang Skeletonys Junge bist du ja nicht behindert in dem Kopf Was? 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 Bist du behindert? Lass uns rein du Bongo Dafür hast du dir echt einen Strafpunkt verdient Ist auch so Aua Hört auf euch zu schlagen Das war ein Strafpunkt Hast du essen? Das war ein Strafpunkt Geh mal zu essen Dann lass ich gleich die Baumrinde Mach das Denn ich hab kein Essen Echt? Ich hab kein Essen Die müssen in die Küche machen Okay Ich schwöre euch Ich geh jetzt raus Nein der Obeste Spinde Alter Der Obeste Spinde Das kann man nicht machen Leute Ich weiß wie ich uns jetzt Essen besorge Wir essen heute Eisen Wow Eisen ist doch gut Oder? Alle sagen doch immer so Trink viel Zitrone Da ist Viel Eisen drin Nee Guck mal mein Smiley hat nen Bart Das ist bescheuert ey Brauch was zu essen Äh Alter nicht so viel Sprinten ne? Oh wow 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 Ja ich kann schon gar nicht mehr Sprinten Bei uns alles Tutti Ja bei uns auch Ja Wir sind nur fast dreimal verreckt und Sonst ist alles cool ne? Alle ist die Schmeidig Ich geh jetzt raus Alter ich hab Das ist eine Spinne Ich hab übelst viel Kohle und Eisen Kohle Hast du viel Kohle? Dann gib mal was ab Hey Alter wir machen das jetzt so Einer steht Schmiere Und der andere baut ab Okay Ich baue mich einfach zu während ich abbau Komm zu mir Komm zu mir hier Ne ich baue grad Kohle ab Ja komm zu mir Warte ich zwei stück hab ich hier noch Oh wow 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 ist das hardcore Ich hab auch noch Kohle gefunden Oh hier ist Eisen Mach einfach so YOLO YOLBE Ich sag immer Jopra Mein Motto ist einfach Riolo Mein Motto ist einfach Shit happens alter Ohne Witz wenn jetzt Hä 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 Ich hab mich jetzt erschrocken Weil was im Chat geschrieben wurde Alter Ohne Witz Ist nicht mehr normal Oh ja Schleck Oh ja Geil Oh jo So slessig YOLOing to the max Ah du Wichser Junge hör auf mit dieser Scheiße Was war das Ey Leute Leute Ohne Scheiß Ich glaub bei euch war grad ein Creeper in der Nähe Nein Ohne Scheiß Okay Turkeys Oh Fick krass doch alle Ich hab keinen Bock mehr als ich geh weg Ohne Witz Ich hab die scheiß Axt einfach dahinter durchgekommen Ohne Scheiß Eurliwoll Wie ich einfach übelst Angst hatte Dass du mir dein scheiß Schwert in den Kopf brauchst Boah ich komm nicht drauf Ich bin scheinen Bastard Schön schön Die Bastardos Ey Weißt du wie man Wenn man so zwei Erbsen kreuzt ne Weißt du wie man das nennt Das sind Erbsen Bastarde Ja die heißen dann X Irgendwas mit X X und Y Nein Alles was gekreuzt ist im Gartenbau Ja genau Alles was gekreuzt wird im Gartenbau Ist X Wird mit X und heißt dann Bastard Ey du scheiß Bastard Du scheiß Bastard Hast du mich gerade Bode genannt Was meinst du wenn wir in der Schule darüber gesprochen haben Wenn einer ernst meint Pass auf da unten sind Skelette Fick dich doch Was soll ich diese Scheiße immer Down ist ein Creeper Hast du ja gesehen Down ist ein Creeper Ah Da ist ein Creeper alter Er kommt hoch Der hat im Box ihn weg Der kommt Warte warte ich weiß wie ich ihn töte Ich weiß wie ich ihn töte Der hat was auf den Hör Nein Ah 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 Oh Gott Alter ich komm nicht klar Lass lass sein Lass sein lass sein Lass sein ich baue das dir lieber mal zu Ich baue dich gleich zu Boah Boah Leute Ah 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 Scheiße Nein Ah Ah Oh du Scheiße Ah Ah Was ist los Ah Ah Der ist hier Direkt nach unten Ah 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 Da ist er wie behindert wir sind Alter Oh die Scheiß Ich hab nur noch zwei Ich hab zwei Dinger nur noch Wo ist der jetzt Ich seh ihn nicht mehr Boah die Die Spinne Geh einfach weg da euer die Boy Ich boxe dich dann gleich rein Du hast ihn ausgeleert Ah Ah Weiße ich seh doch und such den Creeper Da kommt der von hinten E Scheiße ich sterbler Ihr habt nur noch ein halbes Hunger Dinge hier Teil Die Größe Scheiße man verhungert ne Ja 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 alter was sollen wir machen Aua Hat jemand Wasser Hat jemand Knochen Erle mal verhungert Gib was zu essen man Alter wir müssen raus Wir müssen raus Es wird Tag Es wird Tag Da ist ne Spinde Junge Ich bin scheißegal Such mal zu essen Raus 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 Wo sollen wir denn jetzt so schnell was zu essen Da ist eine Spille Spille Zwei Stück Kommt raus und helf mir Helf mir Ich hab nix Ich hab doch gar nix Ich hab doch nix Okay ey wir müssen jetzt Weiß ich Einfach da oben ist ein Skelett Achtung Kommt mit Kommt einfach mit mir hin Ich hab Seide Ich hab Seide Leute Ja und komm jetzt Ich brauche den Baum ab Ich brauche Apfel Ich hab nur noch vier Herzen Komm alter wir finden was Komm Äh braun Hier braune Pilze brauchen wir Ja alter nein wir brauchen jetzt Äpfel Ich hab nur noch vier Herzen Vier dreieinhalb Olli Boy ohne Scheiß lock dich aus Lock dich aus Lock dich aus Lock dich aus Sicher Nein also Das sind Pferde Ja total nein Kriegt man da nicht Köttbola oder so Bau doch einfach Blätter ab alter dann kommen noch Äpfel raus Olli Boy lock dich aus ohne Scheiß wenn es zu spät ist Bevor zu spät ist lock dich aus ich schwör Ich stehe jetzt hier Ja toll wenn ich mich einloggen bis ich den Apfel hab Ja den droppen wir dahin wo du bist Den droppen wir dahin wo du bist Alter Ey es ist sowieso jetzt klar ich verhungere auch Nein 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 Boah Alter wir müssen einfach Schweine suchen wir müssen Ich hab Schweine ich hab Schweine Riol Ich hab ohne Scheiß ich hab Schweine Boah soll ich denn wissen wo du bist man Komm einfach lauf einfach zum Fluss da ist alles voll Da ist alles voll Okay okay Olli du bleibst weiterhin ausgelockt So ist die Krisensituation Ja Der Notstand ist ausgebrochen Jetzt bleib ich erstmal fünf Folgen ausgelockt oder was Ja man Ich hab ich hab Essen Ja dann lieg mal her hier Das sind Stinkens wie heiß denn die Pferde Kriegt man nichts Steht man wirklich durch Hunger Ja ja klar Sollen wir das braten Ich hab vier ich hab ja ich besorge jetzt erstmal Fleisch Ja dann geh du braten ich mach das ich mach das geh du braten Okay 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 Olli Boy pass auf du lockst dich gleich Oh wir sind so behindert in unseren Schädel reindringen Warum Wir hätten die paaren sollen Egal Hier sind auch voll viele Kühe Ja ohne Scheiß Kühe sind viel besser 20.000 Kühe Oh Gott was für eine Eskalationsfolge Oh ich fang mal auf Ich hol noch drei Küchen Okay Olli Boy ich glaube ich weiß wo du bist Ich weiß wo Olli Boy Da liegt Quatsch Da liegt Quatsch Da liegt Quatsch Da liegt Quatsch Ist es Okay Zander ich brauche auch direkt eins Ja komm zu mir Ich komm zu mir Ich hab nur noch eineinhalb Herzen ey Alter willst du mich verarschen Junge ich hab nur noch zwei Stück Glück Ich hab doch wieder neues geholt Hier Hast du es doch nicht mal gebraten Nein Ja wie soll ich das denn machen alter Komm wir müssen Ich hab noch einen Ofen bei uns in der Bay Ja und jetzt ganz gechillt zum Ofen zurück Ja aber vorsichtig Nicht dass selbst ein Creeper oder so dritt steht Ohne Scheiß ich bring den um Boah Alter ich verhungere schon wieder alter ich muss noch ein Stück Fleisch essen Ja aber dann nein nein Doch ich musste es essen ich hab doch nur noch vier Herzen du Mongo Das ist natürlich was anderes Wir brauchen Kaktussuppe Hä das geht So ein Kaktus ey Nein Alter boah wir sind hier blöd Da vorne ist doch ein Dschungel alter Was ja und Da sind doch Kakaobohnen Ja und dafür brauchst du Weizen Ach ja genau Aber da sind immer Tiere am Dschungel lass es gleich mal hinlaufen Nein wir haben doch Kühe gefunden ohne Ende Ja aber dann haben wir noch mehr Kühe ey Nein ich zieh mir jetzt erstmal das erste Steak rein Ja gib mir mal hier wir haben nur noch eineinhalb Herzen man So Earlyboy du kannst jetzt nehmen Du kannst du kriegst jetzt das nächste Ja und oben hab ich auch noch mal reingepackt Wie viel haben wir denn noch Wir haben jetzt noch drei Schnitzel Schnitzel Das heißt Ich würd sagen Einer von euch kümmert sich Alter Earlyboy Ja ey Ich brauch mal was zu essen Ja Ich hab auch noch ein wenig Das heißt aber nicht dass du dir hier alles Auszocken darfst Du Wichskopf Boah ey Ich würd sagen dass wir auf jeden Fall Eins eins esse ich noch ja Eine Aufgabenteilung machen müssen Eins esse ich noch wir besorgen jetzt erstmal alle was Ja ich brauch immer noch eineinhalb Herzen Du wichst alter Ein und halb Herzen noch wenn ich rumlässt Das ist ein Skelett Hast du nur noch anderthalb Herzen Ein und halb Herzen hab ich noch Earlyboy dann Was machst du denn hier draußen Dann chill dich bitte in die Base Ja äh Ja stimmt 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 Gott Junge ich komm nicht klar Leider Okay pass auf wir suchen jetzt einfach noch ein bisschen was zu fressen Braten das noch eben äh fressen uns eben voll so dass unser Leben klarkommt Nicht sprinten Ohne scheiße achte da mal ich drauf Earlyboy Du sollst nicht sprinten Alter du kannst doch eine Angel bauen mit Seide Ja ich hab Seide Ich hab Seide Alter Und dann kann Earlyboy kann angeln Ei Ich kann das Ei Nee mach nicht du gehst hier suchen Ich zog mich direkt unter mir Hier ist eine Kuh Eine Kuh ist hier Aber hinten am Fluss sind noch mehrere Kühe Wir können auch Milch melken Milch melken Ich Gib Milch esse zurück weißt du Nein Das sind zwei Kühe das sind drei Kühe Wo Hinter dem Berg direkt Wir müssen jetzt nur taktisch überlegen was machen wir Wollen wir die nicht vielleicht erst leben lassen Dann noch mehr Kühe Nein alter Wir spawnen noch Kühe neu Wir müssen jetzt erstmal ne Grundversorgung machen Die Spawn nicht neu Das weißt du Seit irgendeinem Update spawnen die nicht mehr neu Nein Also das dauert einfach übelst lange Ja okay hier sind noch vier Kühe Dann pass auf Earlyboy töte Ich lass zwei Kühe Alter das sind noch übelst viele Kühe Ja wollte ich grad sagen Und am Jungle sind auch noch tonnenweise Tonnen Weiße Ist so Also pass auf ich töte jetzt einfach mal die Kühe Und dass wir einfach unser Leben wieder regenerieren können Denn ich lass zwei Stück lassen sich leben Boah Endlich Da ist ein Tintenfisch Ja die kann man nicht essen oder? Ey ich hab fünf Ich hab jetzt fünf Steaks alter Aber ich mach jetzt noch zwei Hier sind noch mehr Kühe Und da ist Lava spring rein Nein Pferde bringt kein Essen Oh Gott Ich hab einen Fisch gefangen Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Okay ich hab jetzt sieben Stück gefangen Alter das sind Pferde Nein Doch Ey Zander siehst du mich? Zander siehst du mich? Hier hinten Hi Hi Ja ich seh dich Ich angel Geil Deine Freunde Boah Alter Bitte treff mich nicht mit der Angel Nicht dass ich Schaden kriege oder so Aber man kriegt ja keinen Schaden von Angeln ne? Normalerweise Doch Ja? Ja klar wenn du geangelt wirst Weil du behalt die Fresse Im Leben noch nicht Nicht ausprobieren Rio Pass auf wir gehen jetzt zurück Oliver wie viel Fleisch hast du? 19 Laber doch nicht Ich hab 19 Fleisch gesagt Ja dann reicht das erstmal Komm erstmal zurück zum Unterschlupf Wir braten das eben Machen unser Leben voll Und dann geben wir Dann machen wir die Dann beenden wir die Folge Die erste Hola Ciao Das geht gar nicht Ich wollte hier träumen Hör auf Alter Weiß ich zeig schon so in meiner Face Game Pssst Leicht Thunder und so ne Und dann Ich will hier voll den Schrecken ans Leben einjagen Und es geht einfach nicht Ich komm einfach nicht klar ey Ohne Schleif Was für eine Eskalationsfolge schon Hast du Hast du äh Noch äh Ah ne schon gut ich hab auch selber Ich bin grad dabei ein paar Fischee zu holen Boah ich dachte ich sterb jetzt schon in der ersten Folge ey Ja ich hab auch gedacht Das war einfach so knapp ey Ohne Schleif Und vor allem weil wir einfach gar nicht schon gedacht haben Dass man einfach verhungern kann Ich hab ich hab mal irgendwie Ich hab irgendwie die ganze Zeit gedacht Ich hab irgendwas hab ich doch vergessen Aber ich wusste nicht was Ohne Spaß ich bin wohl der beste Angler der Welt ne Ich hab schon drei Fische gefangen Vier Fische gefangen Wow Leute bin ich ein guter Angler Schreibt unten in die Kommentare Und gebt mir den grünen Daumen Weil Zander ist grün und ich bin grün Und Early Boy ist scheiße So ich fress mich jetzt erstmal voll Nein Early Boy ist geil Early Boy ist geiler Junge Ja aber er ist nicht grün Er braucht ein Early Boy du brauchst ein grünes T-Shirt Digga Ich habe sechs Fische Sechs Fische Leute was ist da los mit euch Was ist da los Ich komm nicht klar Okay hast du dein Leben schon regeneriert Meinst du regeneriert gerade Ich bin voll Ich bin voll Geil wir haben hier nochmal Eisen gefunden Ich hab noch neun Eisen im Inventar Die Krisensituation ist aufgehoben Ihr dürft nun jedes 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 Lebenswesen essen Was ihr wollt Chillt Macht Party Sieben Fische Wie viel mach ich? Zehn Zehn Hat jemand Eisen im Inventar Dann mach mal ganz kurz eben einen Eimer Hol noch eben Wasser Wollen wir die Folge beenden? Ja ich würd sagen wir beenden die Folge Eisen haben wir hier noch Neun Stück Ich bin gerade zu schön am Angeln Ja ich würd sagen wir beenden dann die erste Folge Wir hoffen es hat euch einfach genauso viel Spaß gemacht wie uns Schreibt bitte in die Kommentare was ihr von dem Projekt haltet Und ja guckt auf jeden Fall bei den anderen beiden vorbei Also beim Riol und beim Early Boy Und ja Den grünen Daumen nicht vergessen Genau den grünen Daumen nicht vergessen Wie gesagt es bringt einfach mega viel Und das dürft ihr nicht vergessen Wenn ihr ein Video gut findet immer positiv bewerten Und ja dafür natürlich auch ein fettes Dankeschön Wenn es euch Spaß gemacht hat Ja würden wir uns freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet Also Leute bis dann Bis zum nächsten Mal Und tschau Ciao Tschuuu